Die Spirutli Instant Nudeln Spirutli ist eine Instantpasta, die ohne Öl getrocknet wird und Spirulina enthält. Sie kann in drei Minuten zubereitet werden. Er kann zu jedem Nudelgericht verwendet werden, nach Geschmack gewürzt und nach Belieben variiert werden. Sein Hauptvorteil ist die Spirulina-Alge, die fast 300 aktive Inhaltsstoffe enthält. Es enthält unter anderem alle essentiellen Aminosäuren, die unser Körper nur über die Nahrung aufnehmen kann. Spirulina hilft bei Anämie und ist ihr am leichtesten verdauliche Proteinquelle. Eine Portion Spirutli Instant Nudeln enthält 0,68 Gramm Spirulina. Ein Gramm Spirulina hat den Nährwert von einem Kilogramm Gemüse. Mit anderen Worten, wer das isst, kann davon ausgehen, dass er nicht nur Nudeln, sondern auch eine große Portion Gemüse isst. Es wird denjenigen empfohlen, die sich um ihre Gesundheit kümmern und bereit sind, dafür ihre Ernährung umzustellen.